Hallo Kinder, heute einmal aus meinem Büro. Was machen wir heute? Ich habe mir etwas ganz Tolles überlegt. Wir machen heute Schleim und ich zeige euch Schritt für Schritt wie das geht. Was ihr dazu braucht, so eine kleine Schüssel, zwei Esslöffel und einen Zehlöffel. Und das können wir auch schon loslegen. Als erstes nehmen wir flüssigen Klebstoff. Es ist wichtig, dass er durchsichtig ist. So sieht er dann aus. Als nächstes nehmen wir, wenn ihr möchtet, ihr könnt Lebensmittelfarben benutzen. Wenn nicht, dann kann es auch durchsichtig bleiben. Ich benutze jetzt blaue Farben. Normal reicht es so ein paar Tröpfchen. Das ist sehr ergiebig. Und gleich danach nehmen wir Duschgel. Eins bis zwei Löffel. Ich nehme mal zwei Löffel. Jetzt müssen wir das ganz schön mischen. So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt machen wir weiter mit Natronen. Davon brauchen wir 1 Esslöffel. Von der Speisestärke nehmen wir 1 Esslöffel. Jetzt können wir das wieder verrühren. Jetzt müssen wir ganz gründlich mischen. Und jetzt kommt eigentlich die wichtigste Zutat. Die kommt dann zum Schluss. Die alles bindet. Dafür nehmen wir Kontaktmittellösung. Davon so viel bis es sich von den Wänden ablöst. Das lässt sich jetzt auch vom Löffel ab. Und in den Wänden der Schüssel. Und jetzt könnt ihr euch, euch schon trauen, das Ganze in die Hand nehmen. Dafür nehmt ihr Kontaktmittellösung ein bisschen in die Hände ab. Und jetzt muss ich das schön in meinen Händen durchkneten. Damit es nicht an den Händen kleben bleibt. Und jetzt muss ich das schön in meinen Händen durchkneten. Damit es nicht an den Händen kleben bleibt. Man sieht schon, das gelingt mir auch ganz gut. Ich kann schon das zusammenrollen. Ja, so ist mein Schleim auch fertig geworden. Da kann man ganz lange damit spielen. Ihr könnt das auch in so ein Glas zum Aufbewahren rein tun und später wieder damit spielen. Und ich sage euch, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.